ich hoffe die außenwand habe nichts abgekriegt sonst haben wir ein problem ich habe keine stamina mehr ich habe keine stamina mehr kannst du schein mit oder sowas machen ich hab noch was in der truhe ja wird gleich klar sein echt schon wir haben ja noch irgendwo 90 fleisch rumliegen deswegen ja ja ich wollte bloß proben ob wir vielleicht ein paar eier kriegen einmal zu lange gespielt vergessen von der falle auszuholen doppelwand zwei block hoch ist gleich fertig aber nur zwei block ich fange mal an mit der treppenreihe wenn es beliebt das ist echt übel die kloppen hier überall drauf genau wie sieht es denn nächsten tag noch aus in hinsicht auf händler das kann ich meiner ist 900 meter meiner ist 1,4 zwei schädel meiner ist 1,46 wie kräften meiner ist bestimmt wieder weiblich okay er liegt wenigstens schon mal einmal mit pfeilen ich brauche noch cobblestone dann kann ich die dritte reihe machen blöder grüner die sind schon gleich wieder drin wo denn welche seite was soll ich denn zerlegen die autos und warum für mechanical ports ich höre wieder was grünes ich höre ne bum 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 auch scheiße rückseite noro osten ich brauche noch ungefähr 2.000 cobblestone und jetzt 12.000 cobblestone und wir hätten unten alles dicht wir haben noch ein demolition an der face mache ich tue ich will wo genau links von der wandte hauptseite ok ich treffe die akte ist also ich komme mal hoch ich habe nämlich keine kam es hier mein gott alter sieht aus wie indianer schmuck ja wo ist indianer schmuck das war der radius das müssen wir sagen ja einmal mehr oder einmal weniger so jetzt kommt da jetzt ist der tote raus dreimal ist schon umgekippt ne und da kommt eine schreierin aus westen ach Mist der grüne ist aber darum sowieso sieht wir müssen die schreierin töten ich probiere auch ja und ich habe lebensmittelvergiftung hier läuft und natürlich sie schreit natürlich sofort nach dem viralen otto wieder ja ich sterbe sowieso aber ich will sie mitnehmen reich schätze heute zu viel aber sie habe ich mitgenommen gut du machst das gut achten achten ja super ey kommt gerade erst wieder richtig sehen rennt dann hier alles rum ey relativ über dritte unterwegs der hat fünf minuten früher oder so ja nur die motze kriegen das schwer irgendeiner die ist wirklich freier konnte ich heute ein bisschen früher explodiert hat aber doch zwei andere zombies mitgenommen das sah aus wie unter wasserballett das sind nur noch drei zombies an der seite heute kriege ich wirklich die krise ja heute kann man echt die krise kriegen aber wir kriegen es doch eigentlich noch recht gut ja noch ist ja noch nicht abend ich bräuchte noch 3000 kabblestones ungefähr ich mache jetzt erst mal eine schaufel ich habe jetzt erst mal jetzt habe ich erst mal wieder volles stamina immerhin volles stamina ich glaubt kommt ich laufe mal vorm fahrrad weg ne ich muss erst alles reparieren da will ich haben nur was ich weiß ich mache mich mal hier ganz ein kleinerer deutscher brauchte machen wir es irgendwie so ja die ist leicht fixiert hier läuft noch einer wenn ich mal besser mit der kit benutzt hau abstripperin kein bock gerade das war irgendwo hin wo gerade keine zombies sind das ist gar nicht mehr so einfach das ist schwer das kommst du noch verraten ich brauche nur ungefähr 500 klee ja ich hausende hier standen mal ja bei native kann doch schon bergbank oder das ist vollkommen egal ja außer ihr möchtet den erdruck den nächsten attack 2 schon runter hauen ich weiß nicht wie die erdrucks in alpha 18 jetzt sind da ist kein essen mehr drin ne da ist auch keine waffen mehr drin irgendwie wir haben keine ahnung was da jetzt noch alles drin ist boah was hier an pfeilen steckt ey also brauchst du was wie hier ein boot gemacht ja ja ich will da gar nicht drüber nachdenken ehrlich das ist ja ich meine du musst dir vorstellen ich habe als wir da rauf geschossen haben Agility 9 und das richtet sich nach dem Bogenschaden also wenn ich ein headshot lande oder so dann kriegt er eigentlich schon ordentlich eins drüber ja ja oh ich habe ein 3er turret und einen beaker haben wir jetzt endlich ja ich habe einen beaker nicht zwei so aber ich hoffe ich habe dich immer ein beaker okay ja das ist richtig hab noch jemand Minen das würde ich auch noch vielleicht platzieren äh ne ob das meistens eben für diesen Megazommilierung führen mhm äh äh mit zweifel so ein bisschen was das halten wird ja dann bist du nicht allein weil ich seid immer so pessimistisch das finde ich langsam nicht mehr gut bei euch äh ich hab noch 550 Kacke äh äh spikes habe ich aber noch ein paar kann ich ja geben Aldo 50 spikes ja äh äh ganz normal ein 6 Sanjay oder so ein na wie soll ich sagen so ein Putscharmaster würdest du jetzt sagen 100 spikes wäre schöner äh äh ich hab 80 äh mit Maracuja genau sowas halt wieso kommt ihr nicht auf mich weiß er nicht was kann man austesten wenn ich nichts mache ich hab ja schon wieder ein Zombielettchen äh einschlag und ich bin weg also einschlag ich bin weg wo ist denn hier Stein wo ist denn hier Stein oh Putscharmaster klingt aber falsch fair blutet bitte äh 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 so Bikes leer Aldo hast du noch im Moment Zeit äh ich hab immer Zeit mit vier Meter im Trailer Euro bei deiner war mit 900 Meter noch am Lasten das und Verbindete müsste geteilt sein ja ich hab zumindest was bekommen äh äh dann das piep 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 vom Demonischer ja das ist geil piep 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 er hat uns lieb der Obermeckerer bin ich von 10 10 10 10 10 da im Spiel ist ja auch nicht mehr auf der Mecke hängt man nicht mehr so viel drüber das das vielleicht ändert sich das ja auch auf meine meineung So, ganz viele Pürbisse. Boah, ich krieg den Gläser. Warte, hier jetzt eigentlich durch. Und der Obermäckerer kommt ja auch nur wieder von der Killer Lady. Da wieder Fake News verteilt, weißt du. Oh, da war ein Hase. Hm, da ist ganz schön angeknackst, die Seite. Aber bei Dead Day zum Beispiel, oder auch bei Deadly Days und so weiter, hab ich das nämlich. Oder auch bei Breakfast, hörst du mich nicht weckern. Für mal ganz kurze AFK. Ja. Dafür können wir nix. Und von dir alleine? Okay. Bei den Kindern, die ich das auch mal gesagt hatte. Ähm. Wo? Boah! Nein, der ist da. Wo war denn das jetzt schon wieder? Oh. Oh. Ich hab übrigens noch ein Dreier-Junk-Tower mitgebracht. Äh. Okay. Oh, ein Dreier-Harald. Ja. Harald, okay. Ich kann mich nix mehr ein. Scheiße, das Zeug der hält nicht mehr länger. Ich kann mich nicht mehr ein. Ich kann mich nicht mehr ein. Wenn ihr keine haben will, würd ich die wohl nehmen wollen. Ja, ein Junk-Torret. Kein Problem. Gut. Nicht Jaja, aber das stimmt. Ja, Stunt und Play-Traps im Kopf. Ja, das wird das schwer mit uns hin. Brause ist geil, arme Frau Brause. Ja, Frau Brause ist gerade wirklich arm, die ist nämlich okay. Gute Besserung. Äh, Vorsicht, Hase. Ah, hast du den wieder fertig? Äh, ja. Also. Jetzt geht er auf mich, Scheiße. Er hat sich gerade ein Zombie ausgesucht. Jetzt nicht mehr. Ich dachte, du warst ihn noch nicht wieder drin. Okay. Du wolltest, ich hab... Ja, du wolltest, ich hab, ja. Das ist schön gesagt. Au. Ah, sonst hätte ich das doch horch halten. Nicht so zenten. Also der Killerhase ist noch voller Babes. Naja. Naja. Ich hab jetzt 64 Mechanical Parts. Ach der war ja... Ach klar. Ich setz noch ein paar Spikes. Wie war das? Der ist noch vor der Base. Jedenfalls hat er mich vor der Base gekillt, wo er jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Ich hab ihn gerade. Hätte ich ausrichten, Daniel. Entschuldigung. Ich komm mal wieder näher zurück. Ich komm wieder... Also weggesackt. So. Da hinten ist der Träger. Harte. Ist er doch. Hier links. Oh. Hau ab damit. Hau ab damit. Hätte ich das jetzt gewusst, dann hätte ich das auch gemacht. Alter. Hier liegen die liegen noch auf der schwarzen Wellen rum. Wer schießt denn jetzt schon die ganze gute Munition weg? So. Meine Spikes sind gleich alle. Ja. Ich hab gerade noch neu gefunden. Das ist glaube ich ganz gut. Irgendjemand hat hier 70 abgelegt. Ich bring jemanden drunter. Ich bring jemanden drunter. Alles. Alles rausstellen was geht. Oh. Die eine Wand hier ist fast durch. Das ist nicht gut. Da drin eigentlich die Ausbank? 500 hat die noch. Nein. Ich wollte meine eigentlich für drin benutzen. Aber ich hab ja jetzt ja außen benutzt. In den kaputten Zementmixer war ein Rezept um den Zementmixer zu lernen. Cool. Das ist doch cool. Das ist neu. Ja. Ja. Und das hier hinten gleich. Sag mal 200 Meter von der Basic. Das ist doch geil. Ja cool. Aber zu spät. Das wird das ja cool. Das wird das am letzten Tag. Also. Ich hab gerade. Ich kann schon Zementmixer hab ich gerade gesagt. Du hast du schon von einer Stunde gesagt. Du hast du schon von einer Stunde gesagt. Du hast jetzt Flasche. Dass wir eigentlich hätten schon ab Tag 1 ein Zementmixer Rezept haben. Ja. Und den Motor musst du erstmal finden. Motor musst du Autos wrenchen. Oh. Geil. Ich geh immer noch Holz hacken. Wir brauchen viel mehr Spikes. Viel mehr. So. Ich hab jetzt 300 Camelstones. Ja. Es ist nicht wirklich viel. Was ist denn ein Spikes? Das ist gut. Würde ich jetzt mal so behaupten. Genau. Kannst ein Ding sind. Dann haben wir noch mal Futter. Fleisch haben wir genug oben. Ich brauch unbedingt was zu futtern. Ich hab nur noch 90. Ja. Ne. Ist alles weg. Wir haben das jetzt schon gefuttert. Ich hab gerade erst was rausgenommen. Ich hab eben Gammelbrote gegessen aus Not. Ungrige Leute heute. Zu denen ich kürze. Wetten wir da ist noch was? Ja. Zehn und zehn Tode. Was anderes kann man doch nicht machen. Wieso? Du kannst doch mit Wasser. Kannst du nicht Dings machen? Wenn du das Rezept hast? Ja. Dann kannst du gekochtes Fleisch machen. Könnte ich machen. Aber ich weiß nicht wie viel Wasser wir übrig haben. Ein Wasser. Ein Fleisch. Glaublich. Ja. Und Aldo hatte das Rezept. Sonst hätten wir ja nicht. Birken und Ex brauchst du kein Rezept. Das habe ich per Rezept. Ja. Okay. Das ist richtig. Kombiniere Scharf, Scherl. Ja. So. Ich fange schon mal an Spikes zu machen für innen. Ja. Die brauchen wir wahrscheinlich auch. So. So. Ja. 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 Da ist ja noch raus. Hier oben. So weit kommst du. Dann schlippen. Ist wieder so. Ja. Kann das eben rein? Ja. Wobei. Da würde ich den Aldo gerne aufsehen. Ja. das ist auch habt gesehen in die andere richtung die maschine die hatte ich getriggert ich muss mal wieder ins haus